ARD Text im Auftrag von Funk 2 in die Schlacht gehen Auf in die Schlacht Attacke Angriff kommt her Ihr Rebellen Nein Komm du zu mir du bist der Angreifer nicht ich Ich hätte den Aufwand Lenkung Angriff Attacke Das war ne blöde Idee Der dunkle Vater ist da Kannst du auch mal was anderes sagen außer Angriff und Angriff Es funktioniert aber ich hab grad ein Double Kill Kommt her ihr Rebellen Du hast schon viel Missverdeidigung Ist mir egal für das Imperium Aua 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 Oh der hat einen Backflip gemacht Der hat einen Backflip gemacht Oh geil Führen Sie Perry um Fuck yeah Weißt du ich wäre auch lieber Sturm Truppler Weißt du ich ergebe mich einfach und Desertyren die Rebellen Tut mir leid wir haben zu viele Du bist kein Klon Es geht leider nicht Tut mir leid wir nehmen nur Klon an Wir bevorzugen Klone wir haben schon zu viele Andere Ich muss den Abblinkter verteidigen Ich muss den Abblinkter verteidigen Angriff Das war deins Du hast Was echt Ja Das ist Luke Skywalker Fuck yeah Oh oh Denkung Oh Lol Okay So Ah Cool Luke ist drastiert tiefrig Und er ist weg Er ist ein Zauberer Ah Rebellen 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 Bart muss abladen Darf man auch Darf man auch noch was sagen Mit dir Fuck Das war Unfall Ich musste ihn abladen Ähm Mein Kill Weißt du ich sie alle Mein Kill Au Granate Au Wieso muss ich nicht jeder diese Ich höre dass sich jeder die E-Aid verwendet Ah ich brauche Leben Ich bin verletzt Sanitator Sanitator Steht du Rebellen abschaum Das ist doch weh Agh Wir Sturmtruppen reden nicht viel Aber wenn wir reden Das haben wir angerührt Du Lusche Auf geht's Ähm Ich bin Ich bin gerade unter den Hittchäte gerannt Sehr gut Das ist ein Profi Was du du Was du du bist in den Arsch Luke Skywalker Und du bist tot Nein ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Dich kriege ich Wo bist du Hab ihn Oh Oh Ich finde es immer wieder schön wie manche Leute versuchen Oh Oh yeah Oh yeah Ich habs Ich habs Auf geht's Welcher Das nenne ich Feuerkraft Oh yeah Jaaa Zerstörung Ich bin Witzig für einer der euren zweiter Vorkehrs auf jeden Fall zu passieren Bist du immer noch in einem der AT-ATs? Nein nicht mehr Jetzt beschiesse ich an die Spiele mit dem Satelliten-Dingens Ich bin dein Vater von allen Ja Wir werden geschossen Ist das gerade da wo jeder gewesen? Eventuell Keine Ahnung Ja Ja, das ist bei mir nicht DARFRED! Ich hab DARFRED im Laden bestimmt nicht gedacht, dass ich da rausgegangen bin. Oh Gott, nein, DARFRED kommt her, DARFRED kommt her! Mine platzieren und weglaufen! Nicht DARFRED schießen und weglaufen! Nicht DARFRED schießen und weglaufen! Das kann nur schlecht für dich ausgehen! AAU! 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 Blöde AT-ST! Akito? Ja? Bist du noch da? Ja! Hier steckt mich hinter dem Stein! Der Stein ist heilig! So Leute, warum hab ich ein anderes T-Shirt an? Ja, ähm... Ich hab vergessen eine Verabschiedung zu machen! Und technische Probleme! Super! Jedenfalls, das war's da aus Battlefront! Ich hoffe es hat euch gefallen! Lasst ein Like da! Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt! Und vielleicht sieht man sich das nächste Mal! In einem anderen Spiel! Mit einer Verabschiedung! Auf jeden Fall! Sayonara Leute! Und Ciao!